Achso. Ja, zwei drücken. Ganz oft. So. Ha! Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zack! Ich bin auch gar nicht weit genug gesprungen. Oh, oh. Da mal eins, zwei, so. So. Zählen wir uns, ne? Noch mal leben. Oh Gott. Doch, hier ist da was. Alter. Hier, geh nicht auf den Sack. So, die Kuh. Da. Da. Und so. Unverschämtheit. Okay, hier ist was und da ist was. Aua. Was war das? Was ist das? Kann ich das kaputt machen? Ne. Hast du dich aber nicht schnett? Naja. So seht ihr mir schon aus. Ah, guck mal, hier sind noch ein paar Gegner. Nice. Okay, Magie. Einletzten. Weil die Blöde-Kunik uns nervt. Um uns die... Ach, fuck, jetzt hab ich verkackt. Tschüss. So. So. Und... Wui. Ah, komm, jetzt mal leben. Nehmen wir uns mal eben mit. Warum nicht, hätten wir vielleicht mal aufsparen sollen. So, hier ist auf jeden Fall ein Hebelchen, ne? Hab ich schon gesehen. Da komm ich wieder hoch. Alles klar. Das heißt, ich möchte unbedingt wissen, was hier noch ist. Och. Geh noch. Ja gut. Absolut kein Pudding für mich, ne? Das machen wir easy. Einmal kann ich noch. Ah, ja, komm mal, ja, ja. Zack. Zack. Und zack. Okay, wir ziehen ein bisschen Magie zurück und dann... So, mal eine Zitter-Party für die Jungs. Ist ja noch irgendwas gespawnt gerade. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ach, Gegner. Ja. Ja, warum denn nicht, ne? Warte mal, ich finde es besser, wenn die alle von der anderen Seite kommen. Aber die sind gar nicht mal so doof, wie sie aussehen. Eigentlich schon, aber. Ah gut, einfach tot. Mal ein bisschen umgucken hier, was hier so ist. Hier kann man im Kreis laufen. Ah, cool, 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 cool. Hier ist nix. Okay, dann gehen wir nochmal hier hin. Und laufen ganz nach hinten durch. Gucken, was da ist. Aha. Ist da Wasser von hier? Kann man da schwimmen jetzt? Ne. Okay, also ist hier nichts wirklich. Na gut. Na, dude. Dude. Okay, hier scheinen sich nicht durchzukommen, wenn er sein könnte. Dann wollen wir mal again Richtung oben. So. Kannst du das kaputt machen? Ne. Ne. Okay. Ja, 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 ja. Ich schon recht, ne. Ah, anscheinend auch nicht kaputt machbar. Eine Gravule ist Gottes Haar, dass die Tür geht von hier aus nicht auf. Vielleicht von woanders. Oh, hi. Oh, hi. Ein großes Ding, was einen kaputt macht. Okay. Ah. Ich glaube, ich weiß. Äh, ne, 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 ne. Achso. Okay. Ihn dürftet noch nach Blut. Das ist ja kein Problem. Dürftet ihn nach Blut. Na, dann wollen wir mal. Oh, scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Soll eigentlich mich so ein bisschen drehen. So. Hades verlangt, dass sie jeden im Nobbyeren töten, bevor sie gehen. Dann mach ich doch. Oh, ho, 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 ho. Okay. Okay. Hier. Okay, jetzt geht's gleich ganz. Jetzt geht's ganz nach hinten. Boah, da muss ich aber schnell sein, du. Alter, das funktioniert überhaupt nicht. Wie soll das denn funktionieren? Jetzt geht er nach hinten. Jetzt geht er ganz nach hinten. Jetzt muss ich eigentlich schon runter hier. Oh, ich hab's geschafft. Heilige Scheiße. Jetzt dachte ich aber, ich bin nicht weg vom Fenster. Wow. Das sind jetzt alle? Ja, es müssen alle sein. Ne, das können nicht alle sein. Das müssen aber alle sein. Es sind nicht alle. Okay, das heißt, ich muss noch mehr Gegner finden. Ja, das geht nicht. Ist okay. Kann man hier denn drüber springen? Nö, kann man nicht hier quen. Gegner, wo seid ihr? So, dann gehen wir mal runter. Bleibt ja nix übrig, ne? Und hier war sicher nix. Hier ist nicht irgendwie noch ein Gang oder so, wo man lang könnte, den ich nicht gefunden hab, weil ich ihn nicht gesehen hab. Nein, okay. Und dann halt nicht. Hm. Hier könnte ich halt auch nix machen, ne? Aber ich bin eigentlich der Meinung gewesen, ich hab alle getötet. Also, weil... Ich hab jetzt nichts wirklich ausgelassen. So, meiner Meinung nach zumindest. Aber anscheinend ja doch. Eine Gravierung des Architekten, der dieses Labyrinth erbaute. Scheiße hast du da gebaut, ja. Scheiße hast du gebaut. Blödes Dreckslabyrinth. Aha. Ja, ich komm aber gar nicht mehr zurück. Ha. Okay. Gibt's hier vielleicht irgendwie so einen Geheimraum, Geheimgang oder... Keine Ahnung. Irgendwas, wo du was drücken musst. Dann... Ne, hier nicht. Okay. Weil... Vielleicht hab ich auch irgendeinen Gang übersehen, weil die Kamera scheiße ist und die ein bisschen... ...strained ist es. Aber ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht. Weil sonst, wie gesagt, es geht hier, hier geht's hoch. Da hinten war ich definitiv überall. Na gut, wir mal hoch. Vielleicht gibt's ja doch noch einen anderen Weg, den ich gefunden habe. Hier gibt's nur einen Weg. Oder? Ja. Das ist nur einen einzigen Weg. Ah. Das kann man bewegen. So. Aber hier gibt's nur Orbs. Okay. Das Ding kann man bewegen. Hier gab's, glaub ich, noch so einen Stein, aber unten, glaub ich... Hier sind wir wieder da. Na, da muss ich nochmal gleich runtergehen. Ne, die geht ja nicht auf. Kann man das jetzt vielleicht doch bewegen? Ja, Tatsache. Das hab ich, glaub ich, grad doch echt nicht probiert. So. So. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Jeder kommt hier ran. Das sind auch schöne Gegend, die sind halt nicht so ganz schwer. Da kann man auch ein bisschen Schnetzeln einfach nur. So. Wie. So kommen wir doch weiter. Müsste ich echt gleich nochmal gucken, ob unten noch so ein Ding war. Könnte nämlich tatsächlich sein so... Nee, Leben ruhig bin ich nicht. Brauch ich jetzt nicht unbedingt. Brauch ich jetzt nicht so unbedingt. Ach, lol. Ist jetzt schon wieder eine neue? Nö. Aber ich hab doch alle getötet, oder? Wow. Wow. Packt einer in der Wand fest. Hammer. Dass sie jeden... töten. Aber das Ding ist schon weg. Naja, gut. Wenn die sich in der Wand festbacken, dann kann ich auch nichts für. Möchte ich meinen. Ui, ich hab sie da wahrscheinlich reingeschlagen. Mit der puren Gewalt des Kratos ist das kein Problem, aber... Das ist schon ein bisschen blöd. So, gut. Dann guck ich mal, ob es hier auch noch so einen verschiebbaren Stein gibt. Irgendwo, irgendwie. Vielleicht kann man... Nee, hier sagt er mir ja nur, dass es ein Bild ist vom Architekten. Nee, doch vom Architekten, glaub ich. Hier ist das. Ich will mir wahrscheinlich echt nur noch die, die in der Wand stecken, ne? Nee, war ich doch grad schon, ne? Da, da bin ich dann. Ich hör auf jeden Fall noch welche. Das schon, aber... Hm. Aber hier ist ja das. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Nee. Also... Hm. Ja, hm. Das kann ja schon... Naja, vielleicht steckt da echt noch einer an der Wand. Das ist ein bisschen nervig, weil ich hab im Grunde schon fast... Also... Für mich sieht das Ding sehr voll aus. Da kann ja echt nur noch ein, zwei fehlen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie durchaus in der Wand backen gerade. Das Blöde ist ja nur, dass ich gerade keine Magie besitze. Ja, die sind da auch echt drin. Ah, einer hat noch gefehlt. Blöden... Blöden Cheater, Wallhacker. Ey, ohne Spaß. Das gibt's ja auch schon hier in der Antike. Blöden Cheater. Es ist eine Statue des Gottes Hades, des Herrschers der Unterwelt. So, drehen wir um. Und jetzt? Nein! Halt, stopp, feuerfrei, los! Ich glaube, irgendwie muss ich den aktivieren. Okay, jetzt kann man speichern. Kann ich hier nach unten schwimmen, ja? Gibt es hier irgendwas? Nein? Vielleicht doch, ich muss den aktivieren, ne? Doch, hör mal, man kann hier rein. Ah, ha. Schießt denn dann so einen komischen Funzelbeam? Okay. Schneller, Kratos, schneller! Okay, dann gleich wieder hoch, drehe den jetzt um und dann kann ich da wahrscheinlich Licht ins Dunkel bringen. Ah, jetzt ist es zu. Ich gehe davon aus, der hört noch nicht mehr auf, der Strahl. Das wäre ein bisschen... ...blöd. Wenn ich da nicht mehr runterkommen würde. Oh, das ist. Okay. 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 Na gut Jetzt weiß ich, dass das Ding kommt Spare ich euch mal eben Na gut, dann geht's mal weiter Jetzt können wir da oben hin, wo diese Riesen-Steinkugel kommt Ha Hä Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Jetzt müssen wir hier flinke Füße haben, sag ich dir Flinke Füße Oh shit Ich würde doch eigentlich gerne überall noch reingucken, ne Boah, Alter Wow Hat mir überhaupt nichts gebracht, der Scheiß Ich dachte, da ist was drinne Ja gut, kann natürlich durchaus sein, dass da auch Sachen drinne sind Bestimmt sogar So Oh Gott Alter, die Kugel kriecht noch nicht auf, Mann So Äh, die Kugel sei schon die Tür Komm, 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 komm Au Au Ich glaub, hier ist überall nix drinne Bin mir nicht sicher Vielleicht hört's auch gleich auf, dann kann ich ganz in Ruhe gucken Das ist alles zu riskant hier Weil das ist gefährlich Vielleicht muss ich die sogar aufmachen Aber das geht ja da hinten schon mal gar nicht Wie soll ich denn die da aufkriegen, ohne dass ich getroffen wäre Das ist unmöglich So Zack Läuft Doch, ne Gegner Doch, kein Bock auf Gegner Ah, da kommen neue So So Gib mir das Und gib mir das Und noch ne Feder Also eins gibt's auf jeden Fall noch Eine Stufe für Magie Ich brauch mehr Leben, aber Leben will ich nicht Acht Sackgassen Ein Ausgang Finden sie ihn Bevor die Flammen des Hades Sie verzehren Was? Pathos werde es Ja, 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 bla, 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 bla Hä? Wie? Moment Au Äh, scheiße, hier ist doch ein Ausgang Versteckt, aber heilige Scheiße So Probieren wir es gleich hier Ja, komm schon Und rein da Nein, hier ist keiner Aha, Hilfe So, hier ist nix 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 Ausgang Probieren wir es gleich da Das ist voll komisch, ey Gerade hab ich das voll Schnell geschafft, aber irgendwie Manche Kugeln von den Du, die sind Äh, schöner als andere So Komm schon, komm schon, komm schon Ich drücke Hart Au Alter, ich hab aber hart gedrückt Das verstehe ich zum Beispiel nicht so Ganz, komm schon Huh Ausgang Easy Gegner, easy Aua War ich hier schon mal? Das sieht mir fast danach aus, ehrlich gesagt Als ob ich hier schon mal gewesen wäre Au, 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 au Magie wär cool Da ist Magie, da ist ein bisschen Magie drin Nehmen wir den Scheiß her So Brutzelt ich euch mal weg, Freunde Warte mal kurz Ich will mal ganz kurz hier aufleveln Es reicht nicht, echt Ist ja lächerlich Eigentlich hätte ich gehofft, es reicht, aber okay Hm Hm, hm, hm Oh, malo Aber komm, Alter Die geben aber auch einfach nicht auf, ne Hartnäckige Burschen Vier Stück haben die davon jetzt schon eingesteckt Ey, das ist denen völlig egal Kennen die nix Aua Hu, 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 hu So Die Jungen können wir uns kurz ein bisschen leben Zurück Ja, bei dir haben wir uns auch noch ein bisschen leben Jetzt kommen mal kleinere Gegner Die sind kein Problem Die kriegen wir so Tot Komm schon Ach, Mann Puh Lass den Zorn der Gotthard eine Klinge treiben Ne So Ach, Gott Ah, vielleicht aber doch Ach komm, weißt du was hier Die kleinen Arschkiks, die nehmen wir uns auf den Zacken Okay So So Untertitelung des ZDF, 2020